Herzlich willkommen zum MOOC Digitaler Selbstschutz – Souveränes Bewegen im Netz. Digitaler Selbstschutz? Mit diesem Motto beschäftigen wir uns zu Beginn des MOOCs, denn es gibt einige Gründe selbst für den Schutz deiner Daten und Geräte zu sorgen und die eigenen Möglichkeiten und Grenzen dazu auszuloten. In diesem MOOC liegt der Schwerpunkt auf den Sicherheitsfragen, die sich dadurch ergeben, dass wir tagtäglich im Netz agieren. Wir hinterlassen eine Spur von vielen, vielen Daten, während wir einfach nur unseren Alltag leben, Messenger benutzen, Webseiten aufrufen, Informationen über Cloud-Dienste teilen oder freies WLAN nutzen. Daher beschäftigst du dich in dem MOOC mit einigen zentralen Werkzeugen, die uns mit dem Netz verbinden. Der Browser, eine der zentralen Schnittstellen für uns zum Netz, die Cloud, für viele schon der zentrale Speicher aller Daten, Kommunikationswerkzeuge wie E-Mail, Messenger und – zum Schluss – WLANs, die uns den Zugang zum Netz gewähren. Souveränes Bewegen im Netz – das Ziel, zu dem dich dieser MOOC begleiten soll, bedeutet, dass du anhand konkreter Beispiele weißt, welche Rolle diese Werkzeuge bezüglich der Sicherheit deiner Daten spielen, welche Risiken mit ihrer Nutzung verbunden sind, welche auch alternativen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und welche Schutzmöglichkeiten du hast. Und nun, viel Spaß und viele Erkenntnisse mit diesem MOOC.